änderreiche dann haben wir ja wohl ein problem ist ja dann auch dass man sich quasi ausrechnen kann an welcher stelle von hier sind richtig er wird ja dann was dann machen und länger die wände zu bemalen ja auch schon wieder diese märkte aber hatten wir sie nicht sogar erst letztens in dem gitter und so haben uns darüber aufgeregt ja das war das eine war uns so schnell nervt er hat durch ein paar eier und dann rein im kopf damit da hinten sehe ich schon den nächsten goldener ist auch hier direkt im korb macht den kaputt ich bringe die eier weg nach den einfach kaputt ich hab noch ein zeit gemacht hier sind gerade so viele aribo kannst du die eier von dem goldenen weg bringen dann kann sie ihnen das schon mal den nächsten komponieren versuchst hat der ist ja direkt da auch hier in der nähe ja auch jetzt noch ein goldener rechts die eigene auch ignoriert den einfach nicht ruhig die eier weg also ich dachte mal stehen hier kaputt der jahr kommt überall da war noch die eier weg wieder ganz hat er möchte strahlen aber das geht auch ganz so so jetzt ist der mutter schiff die mutter schiff kommt Aufkübert. Mütter Schiff kommt gleich. Ein bisschen weniger sterben, danke. Mütter Schiff ist da. Okay, abgeraten. Okay, perfekt. Okay, letzte Welle. Ja, hier, kommt zum Korb. Okay. Ich kann was machen. Ja, okay. Ich glaube, links bei den Gezern ist auch ein UFO. Und Schlange vom Steg. Das Steg. Okay, mach erstmal den Raketen weg. Okay, könnt ihr euch um die Schlange kümmern. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ja, ich bin tot. Ja. Ja. Wow, Regen hat mich. Ne, doch Regen. Ja, das gilt es an eiern. Weniger sterben. Bitte. zu oft kaputt gegangen zu wenig poste kaputt gemacht leider das gibt nicht die sind schneller aber sonst war es eigentlich ganz gut keine ahnung gerade dabei war ich ja ich bin ja ich bin alleine ich bin alleine schade schade das war überflüssig so jetzt kommt die hoch es gibt keinen grund warum sitzen wir da im ende von selina einfach unten ja dann komm hoch ich sehe ich hab die bujabomb und sie einfach wieder unten folgt der schild ich bin gerade gestorben ich habe gerade leute wiederbelebt und sterbe dann ich sehe einfach und werde dann zum rettungsschirm und fangen an durch zu schwimmen doch dann war ich egal und dann sind alle vorbei und ist vorbei wir machen noch mal sie so flut so da kommt wer und schon ist auch da das lange der schlange links und raketen bombe zwei raketen jetzt haben wir machen schade das war wieder ärgerlich das war nicht gut wir haben jetzt einen anderen ja mal gucken hier ist er rechts ein delphin und auto der mittesten tor links ist auch noch der ist gleich kaputt jaja hier ist ein ring rechts ich möchte mich schnell um die flange regen und eines dann erst vor morgen warum es dem morgen seinen freien tag oder und wo kommen denn die busse hier unten ist ein ring ich habe den ich bin dabei ich habe raketen man rakete am steg die zwei türen hinten wir wurden dann würde wir brauchen noch zwei ich habe eine nein egal weil niemand kennt diese ganze alleine dahin hat doch auch was cooles echt mal von den docks und letzte welle auto kommt hoch ach jetzt auch am strand ist und auch welche ok raketen sind auch da ja schlange alles gut ok am korb aufgeführt Boah, da ist schon wieder eine Schlange. Schlange down. Kann jeder das so lange? Schlange down. Okay, hier können wir special mehr. Das passt perfekt. Sehr schön. Das war gut. Kennst du mal den, von denen du die Tickets hast? Ja gut, ich muss sagen, wenn ich ein Ticket kaufe, kenne ich den Verkäufer auch nicht. Gut, vielleicht jetzt nichts Unübliches. Ich glaube, der Renner ist ganz okay. Ja, der Renner. Boah, mal gucken. Mal anfangen. Aber ja, das war gerade ganz hinein. Jede gewonnene Runde ist okay. Kommt ein Regen? Von? Ja. Auto. Regen down. Aber geht schneller, muss ich sagen. Ja. Und hi. Down. 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 Oh, nein. Nice. Wird ein Auto? Ja. Oh ja. Auch down? Ja. Oh Gott. Wo ist der Hai? Kommt ein Hai zu euch, glaube ich. Okay. Ja, ich sehe schon. Ja, ich sehe schon. Ich mache den Torm. Oh, den Torm hast du schon. Okay. Ich mache den Torm. Ich mache den Torm. er kommt zu viel da ist sehr schön und ein Wubelschwerb dann wird er hat er jetzt an kommt schwer kommt zum kopf hat der finum kopf und auch ein schwer Kannst du den Turm auch von da ausmachen? Ja passt, alles gut, bis dann. Ich komm hier in der Pfad nicht weg. Oh, da ist noch in den Turm. Hier ist auch ein Blechbiener im Korb, direkt, kann ich auch nicht mitnehmen, uah, Hi, Hi hat mich, kommt gleich Richtung Korb wahrscheinlich, und ein Auto. Oh, das ist gut, da ist auch. Oh, das ist gut, da ist auch ein Auto. Oh, das ist gut, da ist auch ein Auto. Das war halt so ein Feuchel am Ende, eigentlich ganz gut, war halt gut, das war halt irgendwann echt gut. Okay, letzte Welle. Gut. Und Dunkel. Mutter Chef. Ja, okay. Ich glaube, ich sage mal die Eier ein und runterschießen. Ja, generell kann es so auf, aber ja. Ich glaube, das ist besser, weil du bist noch wo die Eltern bist. Ja. Ich kann super die Dinger mit dem Blaster runterschießen, also... Ja, ich sage mit Eier ein. Einfach, wie sie. Äh, Mutterschiff kommt. Ich habe nicht die Strahlen. Ist egal, es ist einfach drauf. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich die Strahlen nicht habe. Also. Also es liegen echt mega viele Eier rum. Ja. Ich bin dabei. Jede Fl Lydia. Ich habe eine Strahlen gekriegen. Hier genommen. Arsch. Man wird nicht mehr heben. Hierxo. Ja. Möglich. Ge komme. Ich bin dabei. itude zu sein. ja super sehr geil sehr geil sehr schön konzentration ja der fien im korb und regen schwimmt rechts weg ist rechts von dir ok regen auch da da kommt der schlange schlangen vorsicht kommt von den getan und ein dickes auf der schlange Komm schon, du schießt einfach nur noch drauf, ey. Jawoll! Boah, geil. Das war so intens und das war Flut, ey. All die Scheiße, ey. Ich glaube, wir haben echt noch alle drauf geschossen, du hast geliebt. Ja, ich habe auch immer nur zwei Gold sogar. Geil. Geil, was ist das denn? Aber warum? Vielleicht weil Flut war? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist zufällig, was du kriegst. Und ich habe halt ZR gedrückt und sehe, oh, jetzt habe ich auf Haribo geschießen. Das muss ich jetzt durchziehen. Oh nein, wir haben einen anderen Rennen. Nein, der war doch so gut. Oh ja. Oh, ah, nein, ja. Oh ja. Ah, vom Gitter kommt ein Regen? Oh ja. ich mach dir jetzt das ding kriegt das ding in die falsche richtung auch am geboten getan ja ich versuche da hinzukommen aber die deswegen ist kaputt am strand hat mich und raketen sind irgendwo noch mehr raketen sind bei denen getan ich gehe eines weg weil wir hier ignoriert die raketen also weicht den aus wie dann ein einer trainer wird ja jetzt aufgestorben das ist dunkel wieder müssen sie am strand voll drauf da nimmt ein mit so ich kenne mal müsste wieder in der näherung wieder in der position ich finde die eier weg zu kommen ja wenn er wegkriegen nein unserer ja diesmal nicht am strand gleich an den bürgern entgetan ja oder da irgendwo anders ja genau suche ich weiter wache auf wir bringen die weg alles easy ich habe eine gettung schon mal nicht aber wahrscheinlich oben auch nicht vielleicht richtung wird auch nicht okay so lange dann gehen wir die mögliche die runde dann hast du da nee da hast du nicht da ist er da unten okay gut alles gut man sagen ist glaube ich mehr so ein ding von man muss glaube ich so ein bisschen wissen ja das ist leider so schade letzte welle aber die eigentlich ziemlich cool sind also das suche nicht eigentlich ganz lustig also gut aber wenn er nicht üben kann dann weiß die schlange kommt von den vom strand wir wollen ich finde es auch hier und ein auto kommt gleich hoch wir haben wollen wir haben die sie dann kann man schwer kommt nicht heilen da hast du von raketen bei den bei dem hier heißt das wo mache ich sonst mache ich dass man das special und doch ein delphin am korb raketen beim strand ich will mich auf jeden fall entfernt und dann geht ich wollte es ausprobieren das special geht auch mann ja ich glaube selina ist in meiner nähe hier ja genau ein ei brauchen wir noch wir brauchen noch ein ei ich habe ich habe ich habe ich habe einige boss muss man früher oder später einfach nur noch ignorieren ja das ist sowieso man muss ich gucken welche man ignoriert so weit eigentlich ein boss ungünstig steht also gerade mit den raketen ja richtig aber ist wieder dabei sehr schön da hat es auch mal jemand einig ich guck am strand aber hier ist nichts ich habe rechts man gehen werke war von den dörr ich habe ein gett und es dauert ich weiß nicht wie viele autos sind denn da noch ja 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 genau kommt auch dumm ich krieg die schlangen nicht da nein und sache das war bitte ja die wahrscheinlich noch dieselbe die denkt sich wir sind voll gut ich bleibe hier weiter dabei ja war mit dem anderen motor chef wieder werde blaster ich habe den wasser und dann kannst du die dinger super gut vom himmel schießen dann war es einfach am besten nichts anderes da warum laufen nach wie vorne du kannst sie vom turm halt aus ist sogar will also die reichweite ist mega gut also ich habe vorhin glaube ich gefühlt von dingern oder doch ja 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 Ja. Ok. Ok. Die Mutterschiff kommt gleich, schon ein bisschen Korb sammeln. Guck, dass ich die Ads einfach ein bisschen so klein habe. Okay. Hey, nice. Okay, wieder Dunkel. Oh, der Bobo. Äh, Random ist angesied. Ich bin angesied. Jetzt bin ich angesiedert. Wir können hier eigentlich ruhig oben stehen bleiben. Das geht wohl. Ja, das bin ich tot. Ja, weil... Ja, schon gerade da. Also, wie gesagt, das mit der Wand kann man machen. Aber das war jetzt total überflussend. Aber hier, weiß ich, geht das hier so? Ja, das geht, glaube ich, eigentlich an die Wand. Aber brauchen wir nicht mehr, wenn wir da zu viert geblieben. Ja. Nicht mehr sichtbar, Mann, ey. So wie Johan, andere Lohra. Da gibt es ein Jove, ein Jewe. Alles mit Jove, Wivu. Lustig. Okay. So. Und spannen. Ich mach' den Traum. Ich mach' den Traum. Hat er mich geschlagen. ich habe mich geschlagen ich habe einen oh, da ist er geguckt ey bop 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 ok, nimm nichts oh, Eiken und Regen oh, und zwei Keten sind irgendwo Keten und am Strand ist wieder ein Tor geht es zum Tor äh, die sind vom Gitter aus die Raketen äh, am Strand sind auch Raketen wir können, wenn ihr anvisiert werdet von den Raketen immer sehen, woher die Raketen kommen ah, ok da sind diese kleinen Striche dabei äh es sind noch Raketen an den Docks ja ja jetzt haben ich danke danke nein wow ja ja belastend hm 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 das Spiel der Spiegel der Spiegel hat eine Schlange kommt und ein Regen ist da Regen da oh du bist ein Tor und Raketen wow wow nach diesem Strich meinst du ok man, Tom hat mich und High ist am Korb kommt Richtung zu euch ok das tut sich gut ok perfekt hier ist noch ein Regen am Korb ok hier ist noch ein Regen am Korb kaputt machen wochen so rechts liegen noch ganz viele Eier die können wir einsammeln ah da sind wir wieder mit dem blut oh jo ok ok ah Moment und Schlange von Strand oh was ne ne der überlebt äh hier Raketen auch rechts und noch der Schlange 2 noch ne Schlange äh ah sehr schön danke Turm also rechts liegen ganz viele Eier unsere Eier hier ich hab mal ein paar Eier zu euch gebrauchen ja hier sind zwei Dicke gerade auch okkodiert hier haben wir ganz gut vernichtet hängt dran, ruhig, wir sind ein guter Dinge. Okay, jetzt so eine andere Waffe, das ist kacke. Ja, ich muss sagen, Samrun, das ist so das geilste. Finde ich auch nicht so. Hm, seht ihr was? Äh, geht, Strand. Kann da hochgehen. Also Strand sind Raketen. Oh, okay. I died. Okay, nice, danke. Ah, da sind die Raketen. Nein, schade. Ah, ja, meiner hat da auch so weggehauen. Ah, man, sind da zwei Charme. Nicht, scheiße. Ich bin bei dir, hinter dir. Ja, shit. Nein. Ach Gott, ich wollte schon sagen. Okay, perfekt. Denkt an, ihr könnt ruhig, genau denkt an die Special zu Nut. Nein, als ob. Ja, gut, dann ist mein Special. Ja. Der misst überhaupt. Ich will eine cool Kugel machen und werde dabei von den Raketen abgeschossen. Da kann ich ja gar nicht weg. Was ist das denn? Ja. Dass das überhaupt möglich ist. Oh, das ist alles geil. Das ist halt nicht unbesiegbar damit, leider. Ja, leider. Easy. Dann hauen wir den heute nochmal einfach. Das wäre gut gewesen. Das wäre cool. Hat man dafür eigentlich schon ein Badge bekommen, wenn man das erste Mal platt gemacht hat? 10 Maler. Hast du das schon? Nee. Flut? Nee. Nein, okay, das ist so. Nee, das ist die Design hier, dass jetzt Flut wird. Dunkel? Die kommen immer hier einfach hoch. Einfach hier können wir runterschießen. Ja. Ja, der, der war jetzt tot, das Ding. Ja. Hätte er tot machen können. Ja. Da weiß ich ja nicht, ne? Ja. 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 Wie lange war er jetzt tot? Keine Ahnung. Seit Anfang. Ja, genau. Direkt am Anfang. Ja. Ja.